Das ist die Rheinpatrouille 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 Herzlich Willkommen, schön dass ihr dabei seid Hier im Internet bei diesem lyrischen Highlight Die Show für Jung und Alt, Klein, Groß, Albern, Geistreich Hier ist jeder Satz gereint, wir nehmen uns die Freiheit Guck mal, dieses Vierer-Team wieder patrouilliert Und Gäste aus der ganzen Republik hier präsentiert Mit Versen und Zeilen auf allerhöchstem Niveau Dann lebt euch zurück und genießt mal die Show Guten Morgen Herzlich Willkommen zur Rheinpatrouille Folge 29 Thema Sport Vorgon Ja Tyson Ja Nacken Ja So, der Lockdown, der hat lang genug gedauert Drum wird jetzt wieder voll gepowert Drum mein Appell an alle euch luschen Kommt mal wieder in die Puschen ab Heute wird wieder Sport gemacht Doch vorher nochmal nachgedacht Wozu braucht der Mensch den Sport? Rheinpatrouille zum Rapport Tyson Äh, Sport machen ist wichtig, weil Mädels finden Muskeln geil Sehr gut Vorgon Machen die Läden wieder auf, beginnt sofort der Dauerlauf Und dann braucht man Konditionen für den Shopping-Marathon Und in der Umkleide, so denke ich, ist man am besten auch gelenkig Ja, ja, natürlich Nacken Ähm, ja, auch die Sauf- und Kneipentour erfordert von uns Fitness pur Kurze Heben, halbe Tanken, 5 Kilometer Heimwärtswang Sehr gut Tyson Und falls wir nicht vergeblich hoffen, sind bald die Bühnen wieder offen Als Künstler braucht man Muskelkraft, damit man es auf die Bühne schafft Und Ausdauer, damit man nicht konditionell zusammenbricht Und? Und auch sogar die Zuschauer brauchen zum Zuschauen Power Ja, 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 ja Weil man ganz schnell kollabiert, sind die Lachmuskeln nicht trainiert Sehr gut Also dann geht's los Schlüpft schnell in die Trainingshoße Und dann wird wieder reinbasiert ein Zirkeltraining absolviert Hopp, hopp Und eins und zwei und drei und vier und eins Dann wollen wir mal zum Sport, ne? Wir treiben so gerne Sport Wir treiben's in einem Fort In der Halle im Freien Als Gruppe zu zweien Wenn's ein muss, allein Um unserem Lebenssinn zu geben Treiben Sie bitte Sport Denn Sport heißt das Losungswort In der heutigen Zeit wird der Korb kastein Auch wenn dabei der Geist mal verdorrt Wir treiben noch immer Sport Was heißt hier? Der Sport ist Mord Es wird weiter trainiert Und wer kollabiert Wird schnell absolviert Doch unterm Lagen auf dem Schlag schleicht sich die Seele fort Im Jenseits gibt's einen Ort Wo kein Teufel rum sitzt Weil man sowieso schwitzt Da nur Sport bis zum letzten Akkord So ein Jugend durch blade ist Das ist halt nichts Erste Disziplin, Bocksprung. Ohne Anlauf, erster Bock. Stückchen weiter, hopp, 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 zwei Schritte weiter hasten, Trampolin und über den Kasten. Nacken fängt an. Ich darf leider nicht. Was soll das heißen, du darfst nicht? Hier, ich hab'n Attest. Ein Attest? Ja, Herr Nacken wird gern Bock springen, das wird ihm auch viel Bock bringen, doch weil's die Bandscheibe so stresst, darf er nicht hier das Attest. Sollen wir nicht einfach lieber Fußball spielen? Nix Fußball spielen, das gibt's während der EM noch genug, wie willst du bis dahin überhaupt fit werden? Ich muss ja nicht fit werden für die EM, ich sing da ja nur. Ich hab ja den offiziellen EM-Song geschrieben. Alle sind im Stadion oder vorm TV, nur ich, ich lieg am Baggersee mit ner Spielerfrau. Tor! 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 Okay, da Nacken auf der Bank ist, Tyson. Ich gebe Hilfestellung. Sehr gut. Als nächstes Vorgon. Ich hasse diese Klischees. Frauenfußball ist zum Beispiel viel spannender als Männerfußball. Frankfurt, Farben, Pro, es fahren im Meer. 50.000 Fans verfolgen fair-furiose Fußballerinnen, vormals verschrien. Fulminante Frauen, vereinzelt feminin. Famoses Viertelfinale, frisch, Facettenreich, Vorsicht, Vorstoß von Favorit Frankreich. Französin, Form 15er, fast völlig frei, Flanke von vorne, Flachschuss vorbei. Fröhlich Vorwärtsbewegung, Flux formieren, Vorwärts vor Rücken, Vorstoß forcieren, Vorstopperin, Flitzflink vorüber, Foul, Foul vor Fräulein Feld vornüber. Fersenfraktur vom freien Fall, Verwarnung für Frankreichs femme fatale. Fälliger Freistoß vor Feld, faule Verpeilung, völlig verpfiffene Fehlentscheidung. Verdammt, französisches Vorwärtsspiel fließt, Viererkette verteidigt, Französin verschießt, Pfosten, Pfosten, voll versetzt, verpatzt, verschossen, völlig verschätzt. Frankreich verliert, Fans feiern fest. Französische Frauenmannschaft verlässt, frustriert Frankfurts Fußballfiliale. Freudiges Fazit, Finale! Komm, Lasse, komm, Lasse! Das ist doch albern! Die Flieger ist schon rüber, jetzt komm! Jawohl! Ich muss meine Moderation machen! Ja, ist doch super, mach einfach! Wenigstens gibt's im Frauenfußball nicht so viel Skandale. Übernehmen, übernehmen! Dubiose Machenschaften. Hab sie, hab sie! Und Geldgeschäfte, wie bei den Herren. Ich hab dazu mal ne krasse Doku gesehen. Deutschland, ein verdorbener Ort? Niedertracht im Profisport. Dekadenz, Betrug, Exzess. Die Skandale des Jürgen S. Reportagen voll Brisanz, ich berichte für RP 29. Die Welt des Sports ist eine Welt, in der nicht nur der Wettkampf zählt. Heldenmythos und Pokale. Nein, es hagelt auch Skandale. Es wird gedopt, getäuscht, geschmiert. Wir haben knallhart recherchiert und uns fiel auf. In diesem Rahmen stießen wir stets auf einen Namen. Jürgen Schablon. Skrupellos, gutaussehend, dubios. Freund vieler Sportler schon seit Jahren, die allesamt verwickelt waren in undurchsichtige Aktionen. Wir denken, heute kann es sich lohnen, nicht mehr nur zu recherchieren, sondern ihn zu konfrontieren. Schluss mit der Heimlichtuerei. Sie sind natürlich live dabei. Herr Schabloni! Herr Schabloni, guten Tag! Erlauben Sie, dass ich Sie frage. Guten Tag, wer sind denn Sie? Da spüre ich aber gleich Chemie. Bitte sachlich, Sie interessieren mich nur fachlich. Waren Sie Distanz. Ich komme von rp29 und hätte gern Information. Was ist im Profisport Ihre Funktion? Das ist ganz einfach. Ich bin Coach für die Publicity. Ich sorge fürs Image der Klienten. Da gehe ich rein. Beim Präsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß, bewirkten Sie ja nicht viel Schönes. Der Skandal war ungeheuer. Millionen nicht gezahlter Steuer. Eine Verhandlung vor Gericht. Sie mit Ihrem hübschen Gesicht verstehen die Sache leider nicht. Brauchen eine Erklärung, wie mir scheint. Ihr damals zu Unig meint, Uli, dich zu tuschen ist nicht leicht. Du hast ja alles schon erreicht. Hast als Fußballstar begonnen. WM und EM gewonnen. Ließ dich als Deutscher Meister feiern. Wurdest Manager bei Bayern. Hast ihn so ein ganz groß gemacht. Hast es bis zum Präsident gebracht. Aber es geht noch einen Schritt weiter auf deiner Karriereleiter. Was du jetzt brauchst, und zwar recht bald, ist ein Gefängnisaufenthalt. Du brauchst jetzt viel ein bisschen Geiz und ein Konto in der Schweiz. Noch ein paar Jahre Geld abzweigen und sich am Ende selbst anzeigen. Dann unter Tränen schwer bereuen. Da werden sich die Leute freuen. Und nun wirst du entlassen ein Jahr drauf. Der perfekte Lebenslauf. Ich muss weiter insistieren. Wie konnte es bitte passieren, dass sie dann, scheinbar plem plem, 2006 bei der WM durch einen Kopfstoß kurz vorm Ziel, rot sah beim finalen Spiel? Das hübsche Köpfle ist vorhanden, aber noch hat sie es nicht verstanden. Ich werde mich ums Erklären bemühen. Ja, gesagt zum Sinidin. Du wirst jetzt an deinem Karriereende nur dann zu einer richtigen Legende mit der rechten Top-Aktion. Und zwar direkt im Stadion. Du verzichtest schon auf den Goldpokal, aber gehst dafür global viral. Und dafür brauchst du, wie ich weiß, auf jeden Fall einen Platz vom Weiß. Du gibst dem Trottel eine Kopfnuss direkt auf den Zodaplexus. Du haust ihm eine vor den Latz und gehst als Sieger ab vom Platz. Herr Schabloni, schön und gut, doch ich bleibe resolut. Auch an Boris Beckers Seite haben wir sie registriert. Heute ist er so gut wie pleite. Was haben Sie ihm suggeriert? Boris, so ein Tennissieg, das ist was, was schnell verfliegt. Was den Leuten stets gefällt. Ich bin voll Idiotin ohne Geld. Haja, posten, posten, posten. Hab den Mut, datieren, das ist immer gut. Ein Klient, ist das korrekt? Mein aktuelles Großprojekt. Sieh, ich muss los, es tut mir leid. Gerne auch einmal zu zweit. Ein Interview. Ich wär erfreut. Interview nennt man es heute. Posten, Posten, in die Tasten, glüh. Rassismus, schnick, schlag, pappalapapp, du musst es posten, raus damit. Gehts? Na ja, klar. Und hepp. Du musst dich einfach aushängen. Aha. Gehts? Ja ja, geht schon. Gut. Ich traf dich an der Sprossenwand. Du hingst dort nur mit einer Hand. Dann bist du auf mich drauf geflogen. Alles Gute, kommt von oben. Ich mag ja auch eher so die nicht so bekannten Sportarten. Zum Beispiel Kneipen-Zehnkampf. Da kenn ich sogar den Kreismeister Nord aus Itzehoe. So, Sportsfreund, nun pass auf. Heute ist letzter Trainingslauf vom Meister aller Disziplin. Die Gegner, die haben Angst vor ihnen. Denn der Kneipen-Zehnkampf-Champion Manni hat das ruhigste Händchen. Als allererste Sportart, da spielen wir sofort Scarp. Mit Nullowähr und Reh und Kontra. Da ramschen und da reizen wir. Und nach jedem Krang, da kommt ja schon mal ne Runde Weizenbier. Und noch während ich die Karten mischt, digger, lauf ich schon rüber nach'n Tischkicker. Und ruf Manni vor, noch ein Tor. Stallpass durch'n Korridor. Abseitsfalle, Viererkette. Wär schön, wenn ich ein Bier da hätte. So Fußball ohne Bier ist hart, doch dann geht's weiter. Dann kommt Dart. Mit Pfeile auf die Scheibe werfen. Hochkonzentriert, das kostet Nerven. Mit Doppel-13, glatt auf Null. Schnellen Wodka mit Red Bull. Und als nächstes nach'n Dart. Kommt schon der Dattelautomat. Stallt Pfeile werfen, drückst nun. Bis ein Gewinn in den nächsten Yacht. Das hat nix mit Glück zu tun. Das ist es ja noch nicht gewesen. Nun kommt der Zwischenstopp an Tresen. Bierdeckel fangen mit den Fingern. Erst ein, dann zwei, dann zehn so Dinge. Das Publikum marschula-ola. Zum Abkühlen schnellen Whisky-Cola. Dann würfeln, Arm drücken und flibbe. Das ist auch, wo ich am meisten bibbe. Ob ich gegen alle Mann meinen Vorsprung weiter halten kann. Da zahlt sich das Reiß alles raus. Nur die mentale Stärke aus. Und dann die nächste Disziplin. Tore schießen mit Urin. An Tresen kurz noch Birna tanken. Nach der Herrentoilette schwanken. Und dann den Ball mit zwei Promille treffen. Aber ohne Brille. Das nicht leichter ruhig zu ziehen. So. Und dann kommt auch noch Billard spielen. Mit Kö und Kugel ab ins Loch. Die schwarze Achternende noch gegenüber. Auf der anderen Seite versenken. Du, dann bebe die Kneipe. Da ist die Stimmung aufgeheizt. Die Gegner mit dem Spruch gereizt. Und dann sind alle mit dabei. Bei der Kneipenschlägerei. Das ist ein echter Marathon. Und wer übrig bleibt, der hat gewonnen. Wirf deine Doping-Spritzen fort. Das ist Kneipenspitzensport. Und nach jeder Runde weiter wirst du breit und dann noch breiter. Und nach zwei Stunden Zeitrekord Kreismeister im breiten Sport. Ende der Durchsorge. Doping-Duo. Ich glaube, das hackt. Ja, tschüss. Meine Kumpels haben Durst. Habs gar wohl gesehen. Hortig, hurtig will ich drum in den Keller gehen. Kühles Pilsner hol ich euch. Wartet nur ein Weilchen. Wartet nur, dann trinken wir auf die blauen Pfeilchen. Die wir uns noch im Verlauf dieser Nacht verpassen. Weil wir uns mit zwei Promille nichts mehr sagen lassen. Wer am nächsten Morgen von zu viel Sport und katert, der muss Frühsport an der frischen Luft machen. Am besten Höhen-Training in den Bergen. Wer nicht weiß, was Berge sind, hier eine kleine Erklärung von Frank Klötgen. Aufstellung. Rogern ins Tor. Tyson nach vorne. Und Nacken in die Verteidigung. Das ist jetzt schon wieder. Zur Erklärung von Bergen. Berge sind die, die in Tälern weit sich seitlich schmählich schmälern. Ja, hier steht's. Egal auf welcher Position, bei Herrn Nacken geht, man ahnt es schon. Fußball ganz grundsätzlich nie wegen Knie. Dann ab zum Kinderturnen oder hast du dafür auch einen Attest? Ja! Harry Kienzler. Liebe Eltern, auf ein Wort. Wie steht's mit Kindern und dem Sport? Da sag ich, Kinder sind ein Segen. Sie wollen sich ja stets bewegen. Morgens schlummerst du noch nett. Da hüpft das Kind schon durch dein Bett. Dein Frühstück hast du halb genossen. Da wird ein Ball auf dich geschossen. Da hilft nur eins. Lass dich drauf ein. Dann wirst auch du bald sportlich sein. Pack dir deinen kleinen Piepmatz. Und nichts wie los. Raus auf den Spielplatz. Die Kinder klettern, rutschen, schaukeln. Nur du kannst dir da nichts vorgaukeln. Der Sport der Kinder ist nicht dumm. Nur du sitzt meistens trotzdem rum. Das Kind erklimmt bald jede Sprosse. Du bist dabei der Spielgenosse. Darfst dich, wenn es hinfällt, bücken. Und quälst dabei nur deinen Rücken. Du darfst das Spiel immer begleiten. Lässt die Kinder auf dir reiten. Und schaust dabei schon halb entstellt. Dass bitte niemand runterfällt. Auch jeder Wettlauf durch den Flur ist für die Kinder Freude pur. Während sie durchs Zimmer hetzen, hoffst du, dass sie sich nicht verletzen. War es für dich einstmals bequem, ist dein Sport jetzt echt extrem. Ja, Sport mit Kindern ist der Hit. Du bist platt, die Kinder fit. Mein Name ist Wolters, Professor Wolters. Ich habe ein Gedicht und Wolters Vortrag. Wolters oder Wolters nicht? Kleiner Scherz. Aus dem poetischen Zyklus, die Elefanten, nun das Gedicht Leistungssport. Der Elefant beim Marathon eilt den anderen stets davon. Wie er das macht, braucht ihr mich nicht zu fragen. Fragt auch die Mäuse, die seine Sänfte tragen. Ja, das ist jetzt etwas überraschend. Der läuft gar nicht selber. Das ist ein bewährter Trick, auch in anderen Lebenslagen. Hinter jedem großen Elefanten steht eine starke Maus. Maus, äh, Schatz, was kochst du uns heute eigentlich Leckeres? Ah, stark. Apropos Marathon, Dieter Baumann, nicht jetzt! Laufen hieß du mich im Wald, ich lauf und bin alleine halt. Bäume, Baumann und zwei Beine. Der Wald und ich und sonst alleine. Ja, früher lief mir mal ins Bild rein. Ein Vogel, Hirsch, Reh oder auch ein Wildschwein. Doch nun stößt mir beim Dauerlauf seit Monaten recht sauer auf. Dank Dauer-Lockdown und Corona verändern sich die Waldbewohner. Pferde mit und ohne Reiter, Fahrradfahrer, Mountainbiker, die auf selbstgebauten Downhill-Strecken mich bei 50 kmh erschrecken. Da rast der Puls und schießt sich ganz von alleine auf 170. Wadenbisse, wunde Beine von Hunde, ohne Hundeleine, die auf alles vom Knie abwärts zielen. Doch keine Angst, die wollen nur spielen. Im Zickzack um die Hundehaufen muss ich im Slalom meine Runde laufen. Dazu die Menschen, die spazieren gehen. Ja, die Kinder wollen den Wald mal sehen. Großfamilie, Kind und Kegel, Mann und Maus. Und in der Regel parkt am Waldrand schon der Matz da. Vorsicht, Mama, mach dem anderen Platz da. Das wird immer schlimmer, Sie. Jetzt kommen sogar Schwimmer, die, weil sie nicht ins Freibad können, zum Waldbaden im Wald rumrennen. Dann Jugendliche, die in Herden aus der Stadt getrieben werden. Denn denen ist beim Koma saufen, egal ob sie Corona schnaufen. Doch als allergrößtes grauen Puppern sich die Nordic Walking Frauengruppen verlangsgleich. Und in vier Reihen, da kannst du nur Verlierer sein, wenn 400 Kilo Lähmgewicht vom Reden mit rotem Gesicht auf dich zurollen, dicht an dicht, da hilft nur Beten. Kein Gedicht. Zur Naherholung in den Wald. Da wird der Wald, wenn da nicht bald etwas mit dem Wald geschieht, zum Nahtoderfahrungsgebiet. Oh, mein geliebter Wald, ja, ich verliess dich. Und erst zu Hause weiß schließlich, wo ich relaxt in Ruhe ohne Rage zurück zu meinem Laufband. Hier daheim in der Garage allein auf meinem Laufband. Mountainbike Memento Mori. Imperiale Kampfradfahrer Brettern handzahm durch den Wald als erbarmungsloser Hinweis. Nun, mein Lieber, wirst du alt. Können wir nicht mal Volleyball spielen? Nein, jetzt geht's zum Barren. Oh, Beach-Boy, mit den schönen Locken. Lass uns pritschen, baggern, blocken. Vergiss Mandy, Mary, Molly. Und spiel mit meinen Bällen, Volley. Oh, Nacken, jetzt bitte nicht auch noch barren. Ich mein, schau mal, hinter dir, da schwingt der Bub, als wäre er im Schwinger-Club. Ja, aber hier steht's halt. Herr Nacken darf nicht an den Barren, weil sonst seine Gelenke knarren. Und zu viel Sport kann auch ungesund sein. Ja, außerdem geht's ins Kreuz. Pappalapapp. Kurz vorm Kreuz. Es brummt das Herz. Es schlingt die Lunge. Es wummert stirnwärts, Junge, Junge. Was nimmst du, alter Berg, mich ran, dass mir die Luft schon knapp wird, Mann. Bin Schweißvernestjaps heiß und kalt und frag mich, ob ich nicht zu alt für solch einen steilen Aufstieg bin. Doch weiß gewiss, dass immerhin auch, wenn ich auf dem Weg erbleiche, das eine Kreuz ich noch erreiche. Okay, Nacken, kein Barren, kein Seil, dann eben Reck. Ah, nee, Reck geht nicht. Weil wenn Recken sich am Recke strecken, kommt's vor, dass sie dabei verrecken. Sodass vom Sport und Turnentreiben am Ende oft nur Urnen bleiben. Tyson, runter da! Höhenwanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruhm. Da in der Steilwand, das bist du. Man höret noch, dein Jär ist hoch, so schnell kann's gehen, guten Fluch. Geile Leichtathletik! Herr Thun, das geht nicht. Denn verliert jemand beim Hammerwerfen einmal seine Hammernerven, brechen sich die Leichtathleten dann vielleicht ganz leicht die Greten. Ja, schön für dich, Nacken, wir machen Hindernislauf. Ohne Frau, das warst du mal. Spiel doch mit mir mal Basketball, dann würde ich dir einen Freiwurf schenken, den kannst du in meinem Korb versenken. Sterben in den Bergen und eine Frage zur Nachlassverwaltung. Wenn ich mit zerborstenem Rückgrat mir erspar die Gondel Rückfahrt, könnte sie, sollte ich so sterben, meine Braut als Hinfahrt erben? Was können Sie mir zum Mord sagen? Mord? Ich dachte, es geht um Sportfragen und ich soll was zum Rekord sagen. Sportrekord und Sportfragen? Die Zeugen im Report sagen, dass sie Schuld an einem Mord tragen. Dazu kann ich Ihnen kein Wort sagen. Zwei Urlauber am Fjord sagen. Sie wollten sie dort fortjagen. Oh nee! Mit Booten, die am Fjord lagen und Rudern, die an Bord lagen, wollte ich mich auf den Fjord wagen und dort oben in den Nordlagen im Rudern einen Rekord wagen. Sie wollten sie doch über den Fjord jagen und mit den Rudern, die an Bord lagen, immer zu und immer fortschlagen, sodass sie schwere Wunden vortragen. Nee! Ich wollte den Rekord schlagen und die Trophäe forttragen. Nicht Ihnen Wunden im Akkord schlagen, die Leichen schnell vom Bord tragen und dann fliehen mit ihrem Sportwagen. Was denn für ein Sportwagen? Die Zeugen dort vor Ort sagen, Sie sahen sie im Sportwagen mit 100 durch den Ort jagen und dann die Leichen forttragen. Aber ich habe nur den Transportwagen. Ha! Dann muss ich Sie sofort fragen. Was für einen? Ich würde fort sagen. Und wenn es ein Opel wäre? Würde ich Rekord sagen. Aha! Aber wer würde denn den Mord wagen mit einem Opel statt einem Sportwagen? Da würde jeder doch sofort sagen, den kannst du nur vor Ort parken. Bei dem, was Sie mir vorquaken über Rudern und Rekordmarken, über Sport und Ihrem Transportwagen, kann ich nur eins sofort sagen. Ich glaube nichts, was Sie mir vortragen. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir das Sportgericht vor Ort fragen, was die zu meinem Rekord sagen. Und Sie kriegen dann meinen Sportwagen. Aha! Da! 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 Dafür könnte ich glatt einen Mord wagen. Frau Doktor, ich hab Schmerzen. den lieben langen Tag. Am meisten sticht's im Herzen. Ich glaub, ich trifft der Schlag. Nun hoff ich auf Tabletten, denn Sport ist nicht mein Ding. Ich will in Ruhe verfetten. Ich will in Ruhe verfetten. Und nicht im Kreis rumspringen. Ich will in Ruhe verfügen. Herr Schabloni. Schön, Sie heute zu begrüßen. Ja, natürlich. Bei so einer süßen Zuckermaus sage ich nicht. Nein! Da gehe ich mal direkt rein. Es scheint Sie echt zu motivieren, Sportler komplett zu ruinieren. Du willst es einfach nicht kapieren. Ich werde es dir nochmal explizieren. Das Schlimmste für einen Sportler ist, dass man ihn irgendwann vergisst. Ja, und ich krieg direkt das Problem an. Gerade erst wieder beim Jens Lehmann. Dem Jens Lehmann, wollen Sie sagen, ging's dann Ihnen an den Kragen? Ja, natürlich. Klar, doch Logo. Und zum Projekt hat auch ein Ogo. Brauchst du das ist alles Strategie? Brauchst du nur ein bisschen Fantasie? Erklären Sie mir dieses Projekt und was genau dahinter steckt. Ha! Der Ogo und der Lehmann sind ja nur Schritt eins von dem Plan, der den Boris über Nacht zur lebenden Legende macht. Herz, Potz, Blitz und Scheibenkleister. Meinen Sie den Bürgermeister Palmer Boris Shitstorm? Gott! Garantieren, ich hol und spott. Das ist das, was richtig zöndet. Das ist was in Prominenz und Ansehen mündet. Aber davon hat der Boris klug. Eine Sache wär noch klug. Das palmerische Großprojekt wirkt durch Vereinswechsel perfekt. Neues Glück durch neues Team. Trikotfarbe Blau, Stahlgrün. Und Sie ahnen es auch schon. Eine neue Position. Das wird seinen Gegnern grausen. Vom Mittelfeld nach Sturmrechtsaußen. Mit der Kraft einer Habitze direkt an die Flügelspitze. Und der Wechsel vom Verein? Der muss natürlich billig sein. Ich verkauf den Kerl in Osten. Das darf nicht so viel kosten. Deswegen ist ganz klar ein Muss. Gerichtsverfahren. Vereinsausschluss. Den Kerl krieg ich glatt von oben. Ganz frei von der Ablösung. Das ist wirklich ein Skandal. Nenn's lieber ein Schabloni. Original. Zum Glück haben wir vertrauenswürdige Unterstützer. Denn kein Fußballklub kommt heute zu Toren ohne die Vereinssponsoren. Als Sieger und als Meister hasse da Glück hast du die Kreissparkasse an deiner Seite und im Team. Da steht die Chance was zu verdienen. Selbst für uns als Zweitligist besser. Auch wenn Lockdown ist. Und unser Traum. Ne eigene Halle. So wie auch die Geräte alle. Verdanken wir keinem Sportverein. Die ließen uns zum Sport nicht rein. Da stand dem Dreh so viel im Wege. Nein. Dank an die Sophienpflege. Und ein extra Lob mit Stähnchen. Bekommt von Manni das Lortänchen. Denn ohne deren Bier und dort. Wäre Kneibenziehenkampf ganz schön hart. Niemand weit und breit stört's, dass ich hier meinen Föhn such. Doch dieser Dank, ich hoffe der Maik hört's, gilt dem schönen Hotel Schönbuch. Und dass wir nicht im Abseits stehen verdankt ein Reimsportclub wie wir. Denen die die Sendung sehen. Unseren Fans. Und das seid ihr. Die nicht zu Hause sauer warten, weil sie nicht ins Stadion können. Sondern bei uns Dauerkarten kaufen, die wir Spenden nennen. Keine anderen Fans sind treuer, drum seid ihr uns auch lieb und teuer. Wir sagen euch als Fanbetreuer, unser größter Dank ist euer. Und ist das Virus endlich fort. Und wir spielen wieder live vor Ort. Dann treffen wir uns alle dort. Beim Kleinkunst, Reim und Hallensport. Auf dass der Abstiegskampf bald endet. Wir sagen Dank für eure Spenden. Im Sport die schärfste Disziplin ist und bleibt das Trampolin. Da kannst du mich im Sprung umschlingen und mich zu Höhepunkten springen. Ja, tut mir leid. Da habe ich... Ein Attest. Gibt es eigentlich irgendeine Sportart, die du machen darfst? Yoga. Yoga ist, so wie es heißt, gut für den Körper und den Geist. Doch für einen ruhigen Geist und klares Denken darf man sich nicht zu sehr verrenken. Krieger, Kobra, herabschauender Hund, halte ich nicht wirklich für gesund. Wenn man sich verbiegt und plagt, bis das Kristalldeo versagt mit wackeligem Einbeinstand, ist man doch nachher voll verspannt. Zum Glück habe ich das überwunden und Yoga nochmal neu erfunden. Bei mir sind nur Asanas dran, bei denen man entspannen kann. Meine Lieblingspositionen sind der schlafende Hirsch, das ruhende Rind, der liegende Lurch, das träumende Schaf und der Bär im Winterschlaf. Weil ich nie stehe oder sitze, liege ich beim Yoga an der Spitze. Namaste, Freunde. Geil, Bogenschießen. Aber ich bin doch Pazifist, außerdem habe ich einen Zielscheibenvorfall. Ruhe Nacken, weiter gehen. Ja, die perfekte Kombination aus Meditation und Sport ist und bleibt das Bogenschießen. Darauf gründen sich ganze Nationalmythen. Nein, nicht jetzt. Ja, hallo und guten Abend allerseits. Diesmal geht es um die Schweiz. Genau gesagt um einen Thriller von Johann Wolfgang Friedrich Schiller. Drum aufgepasst, jetzt geht es schnell. In drei Minuten Wilhelm Tell. Die Schweiz war schön, doch Ärger gab's durch das Königshaus von, sag schnell, Hopsburg. Die entpuppten sich halt als Tyrannen. Zogen einfach nicht von dannen und hatten einen fiesen Schergen in den Schweizer Bergen. Kein Boxer, Springer, Wrestler war so gemein wie Hermann Gessler. Na bitte, wirklich. So wie der Wind oft übers Land wogte, so wütete der Landvogt. Hops. Da dachte mancher noch. Okay, na gut. Doch das Schlimmste war sein Hut. Der hatte Federn und drei Ecken und er steckte auf nem Stecken. Den musste jeder, der vorbeikam, freundlich grüßen. So ein Kleinkram. Und das Pass ins Schweiz-Schema war für die Schweiz ein Reizthema. Ein Reizthema. Ja. Denn Schweizer sind gemütlich nur. Sowas führt zum Rüdli-Schwur. Und die Sache eskalierte, als Wilhelm Tell den Hut passierte. Denn der, und hier für Kürzi, murmelte noch nicht mal. Grüezi. Zack. Schon wurde er festgenommen. Fast hätt' er schon den Rest bekommen. Doch da sprach Gesslers Herrmann. Weil mir Habsburger so fair sind, kriegst von mir für diesen Mist die Aufgabe, die zum Schießen ist. Wenn du schon den Hut nicht gern lobst, dann magst du doch sicher ein bissl Kernobst. Dann legte er, man ahnte schon, dem Tell, dem Wilhelm seinen Sohn, in der Nähe seiner Stirne, einen Apfel auf die Birne. Mama. Tell, der nahm zur Hand nen Pfeil und noch einen zweiten Weil, man kann ja niemals wissen. Vielleicht läuft es ja beschissen. Ja, und dann schüsse er im Notfall. Auch den Gessler-Tod mal. Als schon Fliegen in der Hitze flogen, nahm Wilhelm Tell den Flitzebogen. Hä? Ich weiß, die Armbrust, aber darauf reimt sich gar nix. Legte an mit dem Geschoss und sprach genervt zu seinem Spross. Hör doch auf mit dem Gezappel, so stehf er nicht der Wappel. Doch er trifft, hurra, na klar, Ende aus, was dann geschah. Gessler ritt noch erster Klasse durch die berühmte Hohle Gasse. Als Tänin tot schießt und noch Tschüss sagt. Ich glaub, das war bei Küssnacht. Für die Schweiz war es im Ergebnis ein traumatisches Erlebnis. Auf den eigenen Sohn schießt da der Vater. Damals gab's noch keinen Psychiater. Drum fängt noch heut ein Schweizer Mann beim Apfelsaft zu heulen an. Wir treiben so gerne Sport. Wir treiben's in einem Fort. In der Halle im Freien, als Gruppe zu zweien. Wenn's ein muss allein, um unserem Lebenssinn zu geben. Treiben Sie bitte Sport. Denn Sport heißt das Losungswort. In der heutigen Zeit wird's der Koppelkastein. Auch wenn dabei der Geist mal verdorrt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017